jetzt hat müsse eigentlich oder warte ja team lotus warte ich schreibe da rein ja aussehen bitte Ach, ich will nicht. Ach, okay. Lotos, Fisherman's Friend. Lotos, Fisherman's Friend. Lotos, Fisherman's Friend. Echt? Und da auf dem Sitz... Lotos, Fisherman's Friend. Echt? Hmhm, wenn's grad geht. Hä? Äh, ich mach's nie zu eigen. Weißt du mal? Wenn's grad geht? Hä? Äh, ich mach's nie zu eigen. Ich mach's nicht. Ich bin so viel für... Ich mach's nicht. Nee. Ich mach's nicht. Ist du dir nicht da egal? Ja, komm, lass ich's machen. Ich bin ja sowieso v.a. dafür, denkst du? Nee. Ist du mir nicht da? Egal. Ich schick dir einen Link. Komm, lass es's machen. Warte, warte, warte mal. Nein, 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 warte. Ich schick dir einen Link. Also bist du drauf? Hm? Hm? Nein. Hm. Du musst schon drauf gehen. Okay. Ich hab grad... Na egal. Passt schon. Ich hab grad... Na egal. Passt schon. Ich hab grad... Trif... Tuck, ist ein bisschen... Warte, warte mal. Warte mal. Warte mal, warte mal. Du bist dran. aufrufen mhm mhm Jan, ich hab grad selber ... 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 Jan, ich hab grad selber leichte, harte Framedrops ... 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 Videoeinstellung Warte, ich muss jetzt Stream Shop Das Graben abschalten Ja, das ist so schön. Manni, ah, jetzt hat Wenn nicht Aufnahmen startet, Streaming starten Entschuldigung Ja, das macht nicht so gut Dann würde ich den Nies kurz fragen, ob ich kurz an den PC er konnte Und wir schauen, also ob ich da was schau NIET! 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 Nies anscheinend nicht, ja IC Passwort habe ich nicht Ich schau vielleicht hätte er kein Passwort drin Dann würde ich den Nies kurz an den PC er kommt Ich habe kein Passwort Ja, ich finde das, wenn ich den TV pass Das frage ich mich jetzt gerade so gut. Jetzt hat er eine. Ich streh mich. Jan? 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 Jan... Ich wundere, wie ich gleich gekickt werde, weil Theo will. Später... Ich sag grad nichts, hat gar nichts, halt nichts, hat gar nichts. Warte, Jan, das... Warte, Jan, hör ganz, ganz, ganz genau zu. Warte. 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 Gleich am Anfang, musst du ganz genau hinhören. Das ist ja eigentlich sozusagen dein Account. Hast du's gehört, Jan? Eigentlich sozusagen ja dein Account. Hat er gesagt. Warte. 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 So. Easy. Ja. Ja. Ja, ich... Ich muss den Account normal... Ähm... ... ... ... ... ... ... ... Ja, warte mal. Ja, ich hab den, ich hab... Ich hab den Stream auch grad beendet. So, so. Doch, doch, also, nein. Ist jetzt... So! I don't know! It's a dream. Woah, warte, you have to read it. He said something. Now it is a dream. It's a dream. I have to dream! You haven't dream. I have to dream. I don't dream. die die klin drinnen die Vielen Dank. Vielen Dank. Das weiß ich. Ist es ja auch wahr. Ich bin zuvor, mein Name zu und mein Name zu... Wie kommt man jetzt da? Ich will dann unter. Okay. Ja, toll. Warte. Ist da irgendwie hier... Geiert da noch. Ja, ich brauche die. Ich habe nur eine S&T-Main-Bau. Ja, wow. Ich habe nur die neue Pappen und eine... Ah, ja. Weil ich 14 AP habe, du Vollidiot. Ibiot. Alter. Bist du zum Blitzmerger schon wieder, ne? Boah, Jan. So ein Blitzmerger ist ja nicht so, dass ich das machen wollte, weil ich nur 14 habe. Ah, jetzt hat es... Ja? Oh, nochmal in die neue Pappen. Was? Handy, mach ich ja, Edi. Ja? Ja. Okay. 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 Ja, lass einfach Als ob wir jetzt dann schon hoch müssen, lol So, ja, jetzt schau mal, wenn ich gerade bei Tomatow muss, jetzt halt bitte für mich schauen Dann lief mal nach meinem YouTube und dann geh rein Ja, das weiß ich Ist es ja auch, aber ich bin von mir nah und zu unten, nennst du Und dann, wie kommt dieser Tag wieder nun da? Okay Toll, warte, ist da irgendwie hier, oh Hey Junge, wie habt ihr da noch? Ja, ich brauch die Ich hab nur einen S&P Ja, wow Ich hab nur die neue Pumpen und ne, ah, ja Weil ich 14 AP hab, du volli Alter Bis zum Blitzmelder schon wieder, ne? Boah, Jan So, dass ich das machen wollte, weil ich nur 14 hab, ah, jetzt hat 75 Ja Ja Oh, nochmal die neue Pumpen Was? Ja Ja, ich muss mir zu Eva dich machen, auch Halt So, ne, ich bin jetzt in S&P So, ne, ich bin jetzt in S&P Sicherheit, ich bin jetzt Boah Hab ihn Ist er da um? Ah, ja So Nein, ich hab Silber Ich brauch Silber Ja Ja Ich hab auch ein Jagdgewehr und aber auch nicht viel Warte mal, warte mal Ich kann dir vielleicht ein bisschen was droppen Ja, ich kann dir so viel droppen, Jan Jan, komm her Ja Ach, die Schuss sind es, glaub ich Wo ist denn der? Das ist der Einzig Dabei S Ungefähr Wow. Jan, warum blockst du mich, wenn ich nach hinten gehe? Wo ist der überhaupt? Wo ist denn der? Direkt über mir? Ja. Hey, wie kann ich das? Kann ich das nicht machen? Kann ich das nicht machen? Ja. Okay. Dann, ja. Ich würde jetzt gleich vielleicht noch weniger Ehre haben. Ist der da? Warte, noch eins höher. Wo? Wo denn? Wo denn? Da! So ein dreckiger Bastard, was ist denn bei dir denn falsch gelaufen? Wie viel HP hat er? Wow. Jetzt haben wir noch so viele. Ja. Wir sehen uns bei Eddie und den anderen. Oder? Ja. Halt's Maul jetzt. Danke. Soll ich mir Marshmallow Skin eigentlich nicht holen? Ich hole mir. Oder? Spektralhack hole ich mir nicht. Auch wenn es einmal nicht... Ich habe den Enkel leider. Echt dann? Hast du auch 3030 V-Bucks? Alter. Ja. 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 Lass aber auf Discord bleiben. Achso, ja. Ich gehe auch auf Spielmode sein. Ja. Dann ade. Bleib schön. kein Gefühl. Kleiner. Ich gehe auch auf dem Europeans. Vielen Dank. 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 Bye. ... Ah, ich bin hier. Ich bin hier. Soll ich das Abendessen oder sonstiges essen? Ja. Wenn der Wachs geht, sind es sehr gut und dann können wir voll essen. Ich hab' gesehen. Wann gehst du? Also, ich geh mal hin. Okay. Was? Ich nehm hier die Colas mit hoch, damit ich das nicht auch vergete. Was? Denkst du nur aus, wenn alle die Einwandten verkaufen sind? Ja, aber ich ziehe es nur. Okay. Was? Was ist das? Was ist das? Okay. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist da? Jan. Jan. Ja. Hallo. Ja. Warte. Okay, ähm, wir müssen jetzt nach Pleasant, ähm, wegen, wir müssen zu so einer Bühne da herren. Warte. Hier ist es. Wir suchen, besuchen den Konzert. Wie fandest du das eigentlich, das Ding? Ähm, nein, das, wie heißt das, das, Eddie und die anderen Dinge sind. Nein, nein, äh, ähm, ich mein, warte, mach ich das? Nein, genau, das Dschungelcamp, das mit der Evelyn. Ekelig, oder? Ich fand das mega eklig, wo es sie dauernd kommen hat, ne? Ist eigentlich echt mega ekelhaft. Alter, aber Blumen ist schon heftig, Alter. Oha, diese Konzertbühne sieht so geil aus, Alter. Scheiße, sieht die geil aus. Ich bin Marsch, 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 ich bin Marsch. Ja, aber ihr müsst einfach nur hier in der Hand wohnen und dann kriegt ihr auch schön den neuen, typisch, das ist nicht der gleiche Ding, ihr habt. Ah, ja. Gibt es einfach schon an Lassen dropped the Game? ... – Ja... Ja? ae... Ja... Ja, also, die Hände haben... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mal schauen, welcher Spieler Ehre hat Okay, der Typ hat schon mal keine Ehre Soll ich mir den Mellow-Skin eigentlich holen oder nicht? Ja Findest du den nice? Oh, dann habe ich den Sparlieber auf dem mega geilen Skin 3.000 Ne, aber die gehen mega schnell weg Ich habe dann auch nur noch 1.500 Und ich will den legendären hier holen Auf welchen soll ich mir sparen? Auf welchen Skin irgendwie? Chichi Die nächsten zwei Stufen haben leider in den Die hier freischaltet Hier ganz unten südlich neben der Baltischen Stadt Südlich von Okay, jetzt muss ich da unten zu Jerusalem Ja Ja Jetzt müssen wir zu Jerusalem da unten Oder hast du die Bühne schon besucht? Einfach nur drauf Ähm Geht Laut Hand Hey, warum bist du nicht einfach direkt zur Bühne? Na Du kannst es eh noch nicht haben Lol Oder doch, du kannst es Ne, stimmt Du brauchst den Tanz dafür Nein, ich gehe da hin Jan Ja Ja, da muss ich auf irgend so einem Ding tanzen Mit dem Tanz Mit so einem komischen Tanz Muss ich auf dem Ding tanzen Ich gehe da hin Ja, ich habe auch getanzt Ja, ich habe auch getanzt Ja, ich habe auch getanzt Also, ich gehe da hin Ich gehe da hin Ich gehe da hin Ich gehe da hin Okay. Oh Gott, ich finde diesen Kacktanz nicht da. Ich habe den Kacktanz gerade erst nicht gefunden. Die finden mich nicht. Oh mein Gott, sind die bad. Jetzt finden sie mich, oder was? Ich habe einen mit der Pistel EC geholt. Der hat eine Skar-Money. Ja, ich habe halt keine, ähm, ich habe halt auch, ja, wow. Ja, ich hatte keine Ding, keine Mets. Pff, nein. Ey, was zu One-Hit? Nein, warum habe ich nicht mit der Pistel draufgeschossen? Egal. Warte, jetzt müssen wir... Magst du bereit? Ich habe einen Text, der besagt, benutze den G-Bit Mellow bei Eiscremen. Aber ich zeige euch einfach alle Orte, Leute. Wenn es Eis da wohl nicht klappt, dann müsst ihr einfach auf Bescheid, wo ihr den anderen machen müsst. In den Spieldateien gibt es auf jeden Fall einen Text, der besagt, benutze den G-Bit Mellow bei einem Eiscremen-Laden. Der neue Eiscremen-Laden, Softies, steht hier auf jeden Fall in der Hüse, neben der Rentschnecke, ne? Südlich vom Ritterro, hier ist das Softies-Laden. Könnt ihr draufstellen, macht den G-Bit Mellow, den ihr freischaltet. Dann habt ihr die zweite Stufe, falls die letzten zwei Stufen mit dem 1... Okay, du musst jetzt ja da, wo ich war, auf... Ich markiere dir deins. Und du musst zu so einem Torka-Schild oben drauf landen. Also, wir sind eigentlich voll in der Nähe. Auf so einem Torka-Schild. Das ist so ein leuchtendes Schild, oder so ein Schild, und der muss oben drauf... Also, öffnen lieber den Kleid oder so. Man muss dann auf so einem hohen Schild bei der Tange landen, oder was das ist. Und danach muss ich dann noch Räddl-Rüh. Egal, ich hab's. Jetzt musst du dahin, wo ich war, also bei der Rennstrecke, und ich muss nach Valery. Egal, ich hab's. 蛋er. D請ue. 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 So, Jan, weißt du, wo ich war? Jan, na? Du weißt, wo ich war, oder? Ja, wenn's so eine Marshmallow, wenn's so eine Marshmallow-Lackierung, ähm, geben würde, ne? Ja, warum klatscht denn so? Ähm, nein, du kannst. Ja, das ist ein bisschen immer. Ja, muss ich installieren. Ähm, ja, bei so einem Hund, oder bei so einer, keine Ahnung, das ist irgendwie so eine Eistüte. Wir sind halt auch, hä? Nein, 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 einfach da tanzen drauf. Und am besten, am besten ist es. Nein, das siehst du sofort, das ist so ein, nein, das ist so ein, das, da ist so ein Ding, da drauf musst du tanzen. Eis, ja? Ja, meine doch, Eiswaffel. Nein, aber man muss bei dem Waffel oben drauf tanzen. Nicht auf dem Gebäude irgendwie. Nicht auf dem Gebäude. Hättest du doch angezeigt, dass man da tanzen muss? Hä? Lügt der jetzt oder wie sieht's aus? Die dritte Stufe ist wo? Ey, nein, man muss im Pleasant Park bei dem Teil tanzen. Im Pleasant Park. Oh mein Gott, was ist denn da? Da tanzen, dieses Ding. Scheiße, ist der schlecht gewesen. Na klar war der schlecht. Also Jan, wenn du den jetzt beschützt, dass der nicht schlecht war, na dann, du hast den Verstand dann verloren. Der ist reingelaufen, wo ich die schon geplaced hab. Ja? Ja? Ja. Ich hoffe, sein Maid ist auch so hart da. Ja, kann das so sein, dass ich da bin. Das ist ein Kacke. Das ist ein Kacke. Das ist ein Kacke. Ich habe ja auch ein Kacke. Dann auf einmal Doppelplätzen. Oder was ist das? Vielen Dank. Das muss man aber wirklich bei Pleasant alter tanzen. So, jetzt muss man ein Bläschen. Einfach auf der Bühne diesen komischen Tanz tanzen. Ja. Wenn der sagt, dann ist es so. Dann ist es so. Ey, immer noch nicht. Hä? Warum zählt das bei mir nicht? Ey, na? Der will uns doch verarschen, oder? Nein. Das ist der in Play. Bei einem zugefrorenen See? So ein Affe. Was für... Was für Pleasant. Ist das komplett behindert? Das ist ein zugefrorener See. Bastard. Greasy. Wird es sein, hoffe ich. Ja. Moin. Moin. Hallo Sandra. Ja. Und ich sehe auch mal nicht da. Ich bin auch nicht da. Ist auch schon drüber. Hat sie hallo zurück gesagt? Ja. Die hat sich gewundert, oder? Wenn du mit dir willst, dann können wir noch, Gut. 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 Ich habe auch keinen Bock auf, wenn sie gerade läuft. Boah, Jan, das ist aber ein richtig krasser Blitzmerger. In Form dieser Effekt, wenn dieser Marshmallow-Kleider aufgeht, ne, der ist so legendär. Und das ist der einzigste zugefrorene See, oder nicht? Jetzt sagt, jawohl. Oh, nice. Ja, Piggy, Piggy, Piggy. Ah, da war niemand in der Chest. Was ist denn Skimming? Bei mir ist auch einer. Oh, der hat Kassels Piggy gesehen. Und der hat Kassels, und der hat Kassels Sturm gewählt. Ja, Mann. Hast du ihn? Ja, Mann. Ey, und der andere Typ führerscht mich. Das ist jetzt nicht sein Ernst. Ja, an einem Tag alle Aufgaben gemacht, was auch easy war. Hm. Ja, trotzdem, die kann selten werden vielleicht. Das ist nicht ein Spät. Ja, Mann. Was ist denn da? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ich schlafe noch mal einen an, der ist mir verrückt. Also fehlt noch einer, warte ich kann mal gucken, ob ich noch einen habe. James Bulker. Der ist der beste Nauskopper der Welt. James Bulker, James den auch? Ja, den habe ich glaube ich gezeigt. Der hat uns verändern, weil mit dem haben wir mal Andi und John. Und dann wird es fortgezogen. Das fällt immer so ein, dass mir mal rauskommt. Hä, wo sind wir? Der will nicht kommen. Der David wäre halt noch ein Lander aus unserer Klasse. Ja, aber der. Hallo. 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 Wenn du nicht irre bist, irre bist du's? Ja. Warte, I'm free, ich weiß nicht mal wer das ist, ich weiß nicht mal. Annalgeneral hat mich eingeladen. Der spielt ja mit seinen Freunden, auch in der Drehlobby. Wo ist die Lüge geil aus? Hä, was ist, was sieht die Lüge geil aus? Ich muss mal, egal. Sag, sag, sag doch. Sag mal. Doch. Wirklich? Doch. Hi. Jan, kick ihn, kick ihn. Du musst das jetzt hin, es ist weg, es ist weiter weg. Ja. Ja. Mann, Andi, du fängst an. Okay. Okay. Andi, du bist groß. Der ist gerade. Der ist gerade, Andi, genau. Boah, der sieht echt fresh aus. Ja. Was? Zeiss. Ach. Du mich auch. Gott, der Irm. Das war sehr schwer. Sehr schwer. Ja. Wer lacht uns? Warte mal, warte mal, warte mal. Ich geh kurz in den Talk 1 vor meinem Plan. Dann komm ich wieder. Hallo. Hallo. Hi. Will wer von euch mit uns das Turnierspiel in der Lobby? Ja, ähm. Genau. Es soll ja sehr praktisch von. Ja, genau. Weil wir den Championen auch mitgespielt haben. So was ist. Was du. Okay. Na, ich rede mit ihnen. Ja. Wenn er nicht hilft, ne, spielst du dann höchst. Ja. Okay. Dann! Dann gab es einen heutigen R Limited. Deine Gerhard. Sieg. Das ist als Hallo! Hallo! Wie ist der Video? Ich bin... Ich bin... Ich bin Theos Cousin. Ich bin Theos Cousin. Oh, Gaidtchen. Kennst du Little Ticklers? Nein. Gud uh, ich bin der Freundschaftsliste... Kannst du Fischien! Ich bin... Ich bin... Ludsungskaf 2... Der mag ich euch! Willst du mitmachen oder nicht? Was ein Wichser, Alter. Wer bist du? Ist der behindert? Ja, klar, klar, ja. Wenn der innen Zahn nicht mitmacht, dann bin ich echt traurig. Halt's im Maul, du Affenkind. Oh, der Moritz, wo wird's bei online? Nein, das Handy spielt wieder flotter, nicht der schwarze Ding. Ich geh mal kurz zum Paulin, glaube ich, weil der besser fertig ist. Ich geh mal kurz zum Paulin. Ja, da, du schwarzt. Oh, du schwarzt. Oh, ich sehe nur zwei, weil ich nicht gewisse, ja. Haha, ja, 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 ja. Wie findet ihr den 90? Ähm, ja, ja, geht eigentlich, klar. Ich mag eigentlich nur den Hänger, den Lübelberg aus. Den habe ich auch sogar. Oh, ich kann einen einladen. Der ist der krasseste Spieler der Welt. Was ist da? Kann ja so lange überleben. Das ist ein OG. Ja. Oder doch, eigentlich keine Erdnung. Das hat ja. Aber halt, die PSG ist wieder unterwegs. Mhm. Und leer schon alles. Alter, mal kommt einer der Kommen. Mann, Mann, Barrio. Der Barrio ist echt blöde. Warte mal. Hallo? Ein Fisch. Ein Fisch, du hättest vor, du hättest gestern ein Video gezeigt. Wollt ihr ein... Hä, warum? Abo. Abo zocken oder was? Meinst du Abo zocken? Meinst du Abo zocken, hallo? Scholz redet nicht passiert. Fah, keine Ahnung warum. Meinst du Abo zocken? Hallo, Vera? Ich hab eigentlich so viele Flicks für den Astro. Ähm, wie, ähm, er braucht einen, der noch die Flick ist. Mich? Nein. Ich hab ein Black-Defriker, er hat einfach den Flicks, den LV-A-N-G-Trekker in der Flick. Ja. Ja, Black-Defriker hat den Flick. Ist das so? Nein. 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 Ich hab ein Wesen, der LV-A-N-G-Trekker in der Flick. Was, 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 was? Ich hab ein Wesen, der LV-A-N-G-Trekker in der Flick-Trekker. Hör auf, du schimmst. Hm. Aber der Paolo ist nicht schlecht. Bei dem Controller spielst du nicht schlecht. Ja, ja, ja. Wahrscheinlich ist er da absolut genug. Nein. Ich hab ein Wesen, der Paolo irgendwann zu Hause gebracht. Ah! Mag ich den? Herr Arne, du bist zumindest mit dem die ganze Zeit rumgelutscht, wie so ein Tudeltölchen. Das ist ein Maul. Ah, aber das ist der, mit dem ich die Matratze kaputt gemacht hab. Herr, weißt du nicht, wer noch was eigentlich für die Matratze kaputt gemacht hat? Wer? Hä, ich hab mit irgendwen noch ein Loch in die Matratze gemacht. Wenn der reinkommt, dann machst du den Emote, ok? Welchen? Den Floss. Den da? Den Schwitzel-Emote, ok? Also den? Nein. Den Floss. Warte, ich mach alles losgehen und tu so, als welchen losgehen. Bitte, tu die Rostlaube ja hinten an den. Ok. Wo ist denn die Rostlaube? Der ist da. Haha. Ich hab' ich lange überlegt, der hat. Ich hab' echt gar drei, glaub' ich. Ich hab' einfach nicht gut, glaub' ich. Wir haben jetzt aber nicht immer zugebracht, schon ungefähr umzuschauen. Echt jetzt? Schick' den Matze mal das Video. Okay. Ist absolut eklig. Nein. Warte, warte, ich schick' den, ich schick' dir in Matze rein. Okay. Hey. Hey, was für ne Nachricht? Was für ne Nachricht? Also ich hab' ja... Ich hab' ja... Ich hab' ja... Ja, das Ding ist... Wo ich die... Ähm... Aufgaben, die sind dann meine Kolonis und Frau und das Zeichen. Mhm. Wo die Endpocker, ganz ehrlich. Irgendwann... Ich hab' dich eigentlich als 7 A eingeschmecht. Ich hab' dich auch als 7 A eingeschmecht. Ja. Guck mal, da sag ich schon. Na lustiger. Ist der ganze Eik. Man, wie kann er so lang überleben, als ob er gut ist. Wie denn? Wils, F... Okay, jetzt weiß ich, wie er mit Nachnamen heißt. Wie denn? Wils, F, Warte, lass' mich ganz kurz nachdenken. Ich hab dich halt echt erlebt, oder? Ich hab dich halt 7a eingespeichert. Warte ich, ich speichern, wenn er es für vier. Dann ist es gut, ich hab dich jetzt für vier 7a. Okay. Aha, jetzt weiß es dein Hintergrund. Zwei M&M's. Ein M&M's. Ja. Hier gibt's ja nicht mehr an, aber... Wer dem *** auch macht? Ja, hab mir voll nachgemacht. Ja, absolut. Lächern die halt echt ein, die halt länger nicht mehr, oder? Als einer. Ja. Ja, wie schwitzt der grad rein? Wir sind verarscht. So, Instagram zu sehen hier. Komm, komm, was verrollen aus hier. Ernst, 7a. Willst du mir dann mal ein Bild von dir schicken, damit ich weiß, wie du heißt? Äh, aussiehst, lol. Schau Instagram und like mein Bild. Ähm, wie heißt der auf Insta? Wie heißt der auf Insta? Ähm, PewDiePie. Warte, ich muss selber gucken. Jetzt mal was für PewDiePie. Jetzt bin ich. Du bist so leise, Matthias. Ja, okay, komm, ja, aber... Ich koche, okay. Warte, ich mach dich mal lauter. Okay, du musst erst raten, wie viele Likes mein Bild hat, und dann, dann, dann darfst du kommen. Nein. Wenn du, wenn du, wenn du... Du hast dreifach und nicht. Ähm, 50. Nein. Sag aber wenigstens mehr oder weniger. Nein, sag ich nicht. Das wäre dann voll okay. Okay, äh, 70. Nein. 100. 50. Nein. 745. Sag trotzdem mal deinen Namen, bitte. Ja, ich hab das dreifach verkackt. Jan, wie heißt der auf Insta? Ja, nein. Habe ich den Jan überhaupt gerade im Unsergucken? Ah, Paul! 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 Wir brauchen deine Hilfe! Paul! Saul! Paul! Hallo! Oh, wie ist denn? Was ist denn hier? Äh, wir haben keine Freunde. Äh, lief's klein. Und dann sagt er, weißt du was? Du und du Fützer gemeinsam haben. Der redet ja nicht mal. Du sagst, wir können schwitzen in der Lobby. Hm. Mh. 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 Mach nochmal, ja. Ich bin der kleine Nils von der Anzeige. Bootsdok! Yay! Na vielleicht überzeug ich ihn damit. Ich kann ihn nicht flüstern. Wieso kann ich ihn nicht flüstern? Ist ja hier. Mach die Liste in mir. Mach die Liste in mir rein. Ich höre nur die Schlitte von seinem Samstag. Ja, bei dir auch. Hey, ist das mit Absicht so? Hä, von wo habt ihr diese Emotes? Ja, von der Anzeige. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Hey, das darf nur eine Motorball. Jetzt mach mal das zu mir bitte, dein Paul. Arsch. Nee. Das ist auch der Nils mit dem oder mein... Ich bin kurzzeitig ab, wenn du etwas gemacht hast. Bei der Kleine kommt der Scheiße. Es geht raus und kurz wieder eine kleine Zimo. Nein. Nein. Geht's da mal. Ich leide. Ich leide für die Fegelfritte. Kann er Paul überhaupt fliegen? Nee. Nee. Hey, ich habe ihn schlummgeschalten. Weil er laut ist. Hat er auch schlummgeschalten? Ah, ein Fall. Hey, wieso höre ich nur die Schlitte von dem Kackert? Was macht die Kackert? Nein, mach das zu mir. Mach zu mir, ey. Mach das zu mir bitte. Ich meine nicht mehr, ob Abbrechen machen muss, werden wir hier schon mitgekommen. Oh, jetzt komme ich nicht mehr in heute. Oder? Ja, ich lebe gerne. Und, äh... Krabbel. Wann ist mir bitte? Bitte ist mir bitte. Wir sind extra vegan für mich zu dir reingekommen. Aber das kann man nicht zu zweitenspielen. Ah! Ah, jetzt helfe ich ihn. Komm bitte mach das Turnier an. Ja, bitte. Wir sind extra vegan für mich zu dir reingekommen. Und hier. Ach, ist weg. Jetzt? Genau. Ja, aber ich bin Schweizer. Ja, ich bin nicht der Einfluss der Schweizer ist. Warte mal, ich muss halt Schlagzeug vorhin ein bisschen weiter machen. Hm? Was macht die Stimme? Nicht viele Lolle. Oh, ach so rein, die Scheiße. Wo ist diese... Fette Mellow-Stimmung bei einer Krugger-Rose und einer eisigen Zeit? Nein! Wirklich? Eine Mauljahn. Hahahaha! Hallo! Hallo! Ja, der sieht jetzt einfach nicht ganz gern. Jaa! Hahahaha. Hahahaha! Ja... Das ist da unten, nein... Da unten könnte man auch nicht lang. Das weißt ja ja ein Enou von mir. Ich glaube, das muss auch viel sind und umlaften und tanzen. Ich glaube schon. Das ist wieder Trucker-Rote. Das ist Trucker-Dick, Mann. Das ist Zucker. Das ist Zucker. Das ist Zucker. Das geht jetzt. Ich-Kürte jetzt? Ich-Kürte. Du hast einen Kasten. Ich-Kürte jetzt immer. Ich-Kürte jetzt wieder rein. Ich-Kürte jetzt auch. Ich-Kürte jetzt. D-Kürte jetzt. D-Kürte jetzt noch mal. geht der max in der hauze trocker rosen ja so wie ein niveau nein nein bei dem schild bei dem leuchtenden schild wenn du kein ja ihr habt alle ja ihr habt anscheinend autismus ja wir haben einen autisten in der klasse wir haben sogar den autisten in der klasse als der hat extra kunde ja ich hab nicht mal den nummer aus ich will dich so gerne runter bauen aber ich warte jetzt f sie schiessen nachgedrückt weiter dann nein nein ich bin nicht schuld Sorry, dass du gehst. Du bist so ein Spass. Du bist der größte Spass. Du hast ihn nicht abgebaut. Nein! Bleib weg, du kennst mich doch. Ich glaub, der kommt nicht auf bei. Jetzt können wir mich suchen. Jetzt war es schwer. Jetzt haben wir Lust zu schauen. Jan, ich hab' nen Schuck-Schuck for you. Er guckt so auf den Boden, auf einmal ist er weg. Ich kriege nicht mehr. Neut, der ist ein Lufa-Long. Ja, ich hab' nen Schuck-Schuck for you. Durchsichtiger Luftballon. Das ist nicht Alexandria. He, was kann man da machen? Ich fahr' je sleeves immer ab, oder? Soll ich mich wohl bearbeiten? Jan, und ich kann dir an chic-chacständen geben. Ja, kannst du uns gleich mitnehmen. Hier nun Stinkers. Nein, wir haben nichts mehr zu sagen. Das war so cool, ey. Ich hol uns das Flugzeug, okay? Dann hol ich uns ab. Alle Punkte, wo wir jetzt in der Partilien sind, die bringen uns zu scheiß. Echt? Ja, weil wenn wir dann neunzig waren, dann müssen wir wiederholen wollen anfangen. Ja, weil sonst hat er ja geschenkte Punkte. Ah, okay. Das ist so ein Spassi, ne? Warum warst du das nicht an mir stehen? Oh, das war so lustig, da hätte ich hier dabei sein müssen. Ja, der Paul ist nicht mehr dabei. Oder vielleicht wartet der in der Lobby auf uns. Nicht? Hm. Komm, wir schneiden zusammen. Macht Spaß, einfach so blöd rumzuschieben. Mach, wir kommen einfach zu uns. Ist ja was zu dumm, wo wir kommen. Tschüss ab. Okay. Und dann Paul ist ein PC. Abgestört nicht. Passt. 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 Ey, warum habt ihr mich nicht abgeholt? Was seid ihr denn für welche? Ne, ich lief jetzt. Ne, ich lief jetzt. Ja, Jan, du hast schon jetzt. Hoffentlich stirbst du, weil der schiel dich nicht. Spaß. Ich hiel den Max ja nicht. Warte. Hoffentlich kriegst du Lymphknoten, Schwelle und zwei Körperstellen. Hoffentlich gleich an deinem Boden. Ja, nee. Gleich oben drauf. Ja. Das hier ist brautig, abzurecht. Ach, wirklich braut. Jetzt booste einen Spaß. Ich fliege nicht. Ah, jetzt auch. Du hast schon Boden. Hey, wer fliegt? Wer fliegt? Einer, du hast zu... Achso, Jan fliegt. Hallo, ich bin voll im Spiel. Ich bin voll im Spiel, Alter. Ach, ich war gerade in der Kirche. Ich darf das böse Sachen machen. Jetzt habe ich mir ein gutes KF-Kammer. Das hat mich. Ja, aus dem Flugzeug sogar, ja? Ja, aus dem Flugzeug hat er den sogar gemacht. Warte, Matze. Ey, Matze, ich habe einen Slop for you. Slop for you. Ja. Echt? Echt? Ich habe nämlich gesehen, wo er den Mini aufgehoben hat. Ich habe nicht gesehen, wenn ich sie jetzt sehen kann. Nein, hier. Nein, hier. Ich habe einen Rappen. Ich habe einen Rappen. Ja, hm, 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 hm. Gibt doch nichts her. Das ist der Wunsch, der Kürzinger ist. Was? Warum nicht? Ich will das mal anfassen. Wah, wah, da ist jemand so cool. Oh, wah, ey, 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 ey. Nein. Achso, ja, ja, jetzt hat er auf einmal. Ah, da sind Gegner, helf mir doch. Komm gegeneinander, puh. Jetzt geht er wieder um, hä? Wir sind halt nur zu dritt, weil... Matze? So behindert ist. Wow, Hacker, Hacker, Aimbot, Aimbot, Hacker, Hacker. Ja, ey, wie konnte der mich durch die Wand hitten, der Nudelkopf? Wollen wir dann mal Creative Destruction spielen? Kommen, nehm, kommst du noch, nehm, kommst du noch. Geh auf, finish. Take it! Al-Bama, sing it, Al-Bama. Wah, eh, eh, eh. Spaß, guck, der hat Esha da unten. Esha... Esha... Sorry, brauche ich noch zu sehen. satur PO Ah, hi Paa closer fuck. Zack close the door to her.. Как ein Papa jetztliessstok. lernt die... Warte, 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 warte. Ja, ja, die Liedsvideos. Ja, auch so. David will mir jetzt schon wieder selbst machen. Das ist so. Der gibt hier eh nichts. Doch, da müssen zwei Stück zu gehen. Ah, der müsste auch das kommen. Der, der, der zu gut für dich will das... Aber das Ding ist... Das ist gerade... Wir müssen auch eine Eichelstücke tun. Ja, Jan. Ja, Jan. Warte mal, heißt der nicht echt Eichel? Lass dich. Hm. Ich lass doch mal da. Ah, da hast mich doch geteilt. Nein, da kommt noch nicht zu. Riechtiger Blitzmerker. Wo ladest du? Hier. Wo? Wo ladest du? Da war er. Zeig, zeig, zeig. Okay, komm auf. Und raus. Du hast sehr roten Krebs, Alter. Ich bin wieder der Rote. Ich liebe es. Ich liebe es. Fangstopsen, nimm doch mit mir tanzen. Ich bin wieder der Rote. Ich bin wieder der Rote. Ich bin wieder der Rote. Du musst auf den Rote. ich habe eine goldene p90 für dich hat man hat sie gesagt so aus muss man ja als man das größte mobbing-offer zurzeit bist und ich nicht mehr rausreiten kann es die matze du bist so ein kleiner wix du denkst erst du nudelkopf kann ja auch sein dass du im loch zu tief steckst im erdloch im erdloch der abwärts wie heißt er macht ja eigentlich im ding auf insta Magze Manboy Ey dieses Spiel ne Magze wo bist du denn Du sagst du bist ein Soldi und dann bist du in Chimbachco. Oha, halt's Maul. Na, Mario 1050er ist echt eine hässliche Skin-Kombi. Warte mal kurz, ich mach das auch. Ja, ich hab dich als Beispiel nicht orientiert. Warte kurz. Oh, schon viel besser. Oh nein, jetzt bin ich ganz furcht. Habt ihr gesehen, was ich für ihr nicht geschrieben habe? Nee. Wie macht ihr seine Kanzlerin jetzt mit dem Kanzlerin? Ich liebe mal. Ja, wenn ich jetzt... Ja, ich hab ihn... Also was? 500 Zoll drauf. Ja, cool, ne? Ja, noll eben. Äh, brauchen wir zu noll und noll? Haben wir jetzt eigentlich noch den Herr Gerstner? Oder der Herr Gerstner? Okay, dann. Ich gehe noch mal. Okay, ich gehe noch mal. Jaja, ich gehe noch mal. Okay, ich vergesse ich, das ist nicht so bitter. Mini ist doch ganz ein Motto, oder? Ja, loll! Ich steig nur 10 cm, gell? Ja? Nee, ich sag überhaupt was, was macht er? Was? Ne, was hast du jetzt an? Ah, Paul! Ja, 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 da wird er auch noch was. Wo ist das hier, der Stoet? Ich bin voll Stoet. Wo wollen wir jetzt hin? Ja, ich hab' ich in deine Hände. Guck mal, hier, Stein. Halt dich doch ab! Ich hab' den Stein. Ein richtiger Nudelkopf. Noch ein Metall mit mir! Oh mein Gott, hier ist noch eine P90 für jemanden, die er will. Lella, komm zu mir doch mal. Der hätte es gedacht. Ein richtiger Blitz mit! Was? Paul, komm, ich glaub' ich nicht mehr. Ich hab' den schwarzen Ritter. Hm? Er ist das schon. Ich hab' den schwarzen Ritter. Ich hab' den schwarzen Ritter. Ich hab' den schwarzen Ritter. Soll' ich mir den schwarzen Ritter gönnen oder eher weniger? Mach das! Mach einfach was du meinst! Sagen? Ich hab' den schwarzen Ritter. Ein richtiger Ritter. Ein richtiger Anus-Nudler, ein-Nudler. Du bist ein Anus-Nudler. Wollen wir dann kurz kreativ spielen, weil es meine erste Runde ist. Nein! Nein! Das kann doch kein Zufall mehr sein. Erst haben wir am gleichen Tag Geburtstag und dann magst du nicht. Oh mein Gott. Loll, aber du hast deine Sonne gefunden, obwohl ich älter bin. Will jemand, äh, will jemand, äh, Glidery nicht folgen, weil ich meine Frau ist. Bitte. Micky, meinst du? Fuckin' Checker! Nichts, nicht, nicht. Ich hör dich doch... Soll ich die schallgedämpfte Flurmewehr nehmen oder schallgedämpfte Strab? Halt zum Haul! In der Klasse! In der Klasse! Wie langt er, obwohl er dich verarscht hat! Digga, was ist denn hier los? Ich sitz nicht richtig! Irgendwas stimmt hier nicht! Ich hasse es, wenn ich nicht we... Anna, ich weiß nicht, was ich mach! Ich nehm eine kleine Lüge, die Bläume zu essen! Waaag, waaag! Waaag, waaag, waaag! Ja! Halt's auf, ich hab neue Kids! Ich weiß, dass du neuen Kids hast! Null! Er hat doch gesagt! Null, du... ...Kopf! Ey, na, also... Also, Jan, du hast echt ein Hörproblem! Macht ihr dann mal Sound? Oder eher weniger zulässig? Oh mein Gott, du bist so getarnt, Matze, ne? Das sieht keiner! Das sieht keiner! Das sieht... Jan, du hast vor allem nicht geliebt, zu Hause! Ja, ja... Aber nicht so wie der Timo von meiner Schwester! Pfff! 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 Der will ja einen echten Liebesbrief kriegen, ne? Echt? Ja... ...Aber deine Schwester heißt, es passt die gut! Ah, man... Pfff! Pfff! Häh... ...ein von dem Lied! Halt, vielleicht... ...leicht... ...nein... ...leichtiges Arschnudel! Ich war heute in der Kürze. Ich war heute feinlich in der Schule. Ich war heute feinlich in der Schule. Ich bin echt los. Ich bin echt los. Ich bin echt los. Ich fick jetzt gerade einen Schneeball. Ich hab die Sorge. Ich hab die Sorge abgebaut. Wie schaut jemand zu? Nicht hingucken. Das ist FNK8. Nichts. Wieso ist denn hier. Ich bin schon wieder besser getan als Jesus. nein hey ihr seid ja endlich da mein mein ich kann schon laufen ich kann schon laufen ich kann schon laufen ich kann schon laufen ja ist echt cool anzuschauen ja ist gar nicht wo ich bin oder nein nicht ich bin auch nein ha eingebaut ja was ist wenn ich mich jetzt rumbring haben wir dann gehört wir können es ja wir können es ja ja ganz ehrlich können wir jetzt wer tut und wer nicht ja das ist der account von einem das ist mein account du hast die sprachnachricht gehört wer ja ist er ja neidisch auf schwarzen ritter oh diga was ist der gegner ey ich bin grad autospritten hör doch auf zu stehen zu bleiben das ist doch eh nichts ganz ehrlich ich treff mit meiner hr öffnet mal ja ha 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 bin ich jetzt cool ja dem denn noch Mit der Dicken Dickel schießt er. Ich schau dir jetzt zu und schau, ob du snipest. Warte, ich schau Jan auch zu. Jan, ich logge ihn raus, okay? Ach, außen ist weg. Was soll denn aufpassen mit? Digga, es läch. Ich glaub, die kommen, oder? Die kommen, Jan! Jan, ich... Hey, kann ich mehr arbeiten? Ah, nee, nee. Ringer, hier. Alter, die Arschlöse ist nicht ein bisschen hart auf dem Weg. Ringer, wann bekommen wir denn endlich uns gefuckt? Ja, da wollte ich ja nicht sogar direkt auch dran sein. Der Typ trifft jetzt irgendwann nicht auf mich. Ja, bis hier ich spiele. Jan, bau dich mal nicht zu. Das ist doch deine Erinnerung, ihr Name. Ich auch. Hey, wo sind denn die Gegner? Pass auf, die da hinten auf. Du bist da zur Rentner, Husten. Hey, wann bekommen wir denn endlich unsere Punkte? Pass auf, von oben. Ja Jan, auf den Berg, du Nudelkopf. Jan, du hast die Rocket nicht mehr getroffen. Natürlich hätte ich sie getroffen. Ja, hättest du, machst du aber nicht, he? Hey, ich kann hier nicht drin. Aber leider. Wala. Wollt ihr euch nicht... Wollt ihr euch nicht irgendwie mal runter bearbeiten, bevor die euch alle miteinander unterließen? Wir sind alle ohne Go eigentlich. War Jan gegen die Wand geschossen? Jan, du hast zwei Minis. Klar braucht ihr zwei Minis. Du, ich schaust seine Leben an, du Nudelkopf. Was ist der Karossel heute dabei, du Fluss? Hat der heute mal Olli auch? Der Olli ein, ein Klos ist, Leute. Könnt ihr einen so easy snipen, Digga? Wieso? Ihr müsst euch mal nach hinten. Jan. Der stand AFK, der steht wieder AFK, Digga. Wo denn? Ja, da wo es halt ist. Da, hinterm Baum! Hinterm Baum! Jan, der war hinterm Baum. Wir werden gepusht, glaub ich. Ich hab das Gefühl, der ist irgendwo bei mir bei ihr und wissen was. Ich spiel grad wie die größten Schwitzer. Hab grad noch so gebaut, Digga, wie ich's los. Ähm... Ich glaub... Ich glaub... Ich glaub, der Paul braucht ein neues Schild, oder? Ähm... Warte kurz, warte auf dem Paul. Braucht der Paul nicht mal Schild? Oder wo bist du? Komm, lass den Blunder zum Paul gehen. Wo war er da? Ja, ähm... Komm, Paul, lass mal Rift to go, oder? Digga, was machst du hier mit mir? Ja, hier ist doch Rift to go, oder? Lass doch einfach Rift to go. Ja, komm doch mal runter. Digga, Jan, mach doch einfach Rift to go. Ja, Jan. Ja, komm. Ich hab jetzt von Damage bekommen wegen dir. Jan hat auch Damage bekommen. Ja, lass mal hier einfach hier in der Luft gehen, oder? Ja, lass mal hier einfach hier in der Luft gehen, oder? Ja, lass mal auf Berg hoch gehen, lass mal auf Berg hoch gehen. Aber ist halt nicht so und so. Ja, ich muss erst mal hier. Hier ist noch Matt Kid. Und, und, und... Bei meinem... Bei meinem Fort... Ey, da ist einer, da ist einer. Wo? Unter euch, unter euch. Warum gibst du Paul eigentlich keinen, Jan? Frage ich mich gerade. Meine Fresse, weil er ein Matt Kid liebt. Ja, aber trotzdem... Ja, trotzdem kann er ja Schild kriegen. Das gibt's nicht, Digga. Ich hab den übelsten Wanny aufgemacht. Digga, ich hasse es. Das gibt's nicht. Digga, ich will auf den Berg landen, auf einmal rutschen. Ja, komm. Komm, finish, geh auf, finish, geh auf, finish, geh auf, finish. Wir brauchen die Punkte. Was haben wir denn noch keinen Punkt? Komm, Jan, komm, Jan, komm. Ja, nur das, 2,30. Ja, nur das, 2,30. Ja, nur das, 2,30. Komm, wir brauchen die Punkte. Du haltest einen Kürz. Ich gebe mal das, Jan. Ja, Jan. Du hast immer noch. Das war der letzte, das war der letzte vor den Punkt. Ja, aber dann weiß ich, dass ich ihn so auch zufahne, bis wir Jan. Du Arschluss. Ich hatte selber noch... Aber trotzdem hättest du ihm einen Mini geben können. Da war ein Matt Kid, ich hab doch gesagt. Du hättest aber trotzdem ihm einen Mini geben können. Nein, du bist verreckt. Ganz am Anfang. Toll, ich bin ja auch nach Solti gegangen. Ja, wenn du so dummisch nach Solti gehst. Aber ich bin ein Freund, der wenn ich geschlafen habe. Dann kannst du dumm sein und nach Solti gehen. Ganz ehrlich? Ja, vor deinen Freunden jetzt da aus deiner Kasse fühlst du dich cool, ne? Ja. Aber sonst... Nee. Kannst du ihn nicht cool fühlen. Ja. Ja, lassen wir alle hinausgehen spielen. Ohne Backpack. Ja. 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 Genau. Ja. 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 Ja, aber du haste suicidalicos launchUAEsutchum. Ja, aber du hast ja nicht die Waffe, du hast ja nicht die Waffe. Ja, darfst du nicht. Er war aber gar nicht low. Er war aber gar nicht low. Aber hat er jetzt keine Papier? Na, wer sagt der Erwallow? Ich hab dich gefragt, willst du Minifarben? Habst du nicht? Halt's mal. Na, auf jetzt rumzuschreien, Digga. Na, natürlich. Ich geh solti. 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 Ja. Okay. Okay, ich geh blaues Haus. Wie gehst du heute, oder was? Nee, weiß nicht. Ich bin jetzt halt wie so hoch. Wir gehen auf. Das kommt für den. Warte, ich bin bei den. Der hat ne Sniper, der hat ne Sniper. Ich fahre. 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 Bei mir sind zwei. Hey, das ist so behindert, ne? Ich hab eine getrappt. Hey, meine Trip löst nicht aus. Er steht genau neben der Trip und die löst nicht aus. Warum? Warum?! Ich fahre. Ich fahre. Bis zum nächsten Mal. Ich fahre. Ich fahre. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020